Nächstes Video. Und es geht zum Teil um Attack on Titan, aber wir gucken Creepypasta Punch. Und das Video heißt einfach, existieren echte Titanen, das wahre Attack on Titan. Leute, falls ihr das nicht wusstet, Attack on Titan basiert auf einer wahre Begebenheit. Laut Creepypasta Punch. Einer der beliebtesten Animes, die es überhaupt gibt, ist Attack on Titan. Eine fiktionale Welt, in der eine kleine Gruppe von Menschen innerhalb von gigantischen Mauern lebt und außer... Also ich hab das Video übrigens nicht gesehen, ne? Keine Ahnung, was da, also worum es da geht. Und warum er sagt, dass es Titanen im echten Leben gibt. Thanos ist auch ein Titan? Ja, den gibt's natürlich auch im echten Leben. Überhalb dieser Mauern existieren übermenschlich große Wesen. Gigantische, nacktaussehende Menschen mit verstörenden Gesichtern. Riesigen Augen, riesigen Mündern. Und ihr einziges Ziel scheint es zu sein, Menschen zu fressen. Ich find das irgendwie süß, wie er Titans erklärt. Das auf teilweise sehr brutale Art und Weise. Dieser Anime hat eben schon seit vielen Jahren die Menschen gefesselt. Und mittlerweile ist er in der letzten Staffel und die letzten Folgen, die es zu diesem Anime gibt, werden derzeit hochgeladen, beziehungsweise produziert. Und deswegen... Die werden hochgeladen, beziehungsweise produziert. Deswegen habe ich von vielen von euch die Nachricht bekommen, dass ich doch einmal über Attack on Titan sprechen soll. Das ist doch ein Video zu diesem Ganzen. Ja, warum nicht? Also, ich bin Attack on Titan Fan. Red doch mal über Attack on Titan. Okay. Denn eine Nachricht, die ich bekommen hatte, war, dass es mal vor einiger Zeit das Gerücht online gab, dass Attack on Titan, beziehungsweise die... Oh mein Gott, es gibt eine Sache, die hat im echten Leben tatsächlich existiert. Aber ich darf nicht darüber reden, weil es halt ein fetter Spoiler ist, was mit Attack on Titan zu tun hat und was nicht mal im Anime vorkam. Aber ich würde so gerne darüber reden. Oh, guck mal, er hat so ein bisschen die Filmbalken verkackt. Weil eigentlich wären jetzt oben und unten Filmbalken, aber... Tatsächlich in unserer Welt existiert haben. Dass es also tatsächlich früher mal übermenschlich große Wesen gegeben hat, die auch Menschen gefressen hatten. Und als ich dies hörte, fand ich das Ganze aber interessant. Aber dazu kamen plötzlich Webseiten und Fotos, die mir geschickt wurden, die scheinbar das Ganze belegten. Denn vor einigen Jahren sollen angeblich übermenschlich große Skelette gefunden worden sein. Also das ist wahrscheinlich fake, aber imagine, das passiert wirklich irgendwann. Also in einem Jahr finden Archäologen so etwas. Und das ist einfach real. Wäre schon cool. ...menschlich große Skelette gefunden worden sein. Und das zuhauf. Angeblich gibt es folgendes Gerücht. Es gibt online die unterschiedlichsten Fotos, die Skelette zeigen, von Menschen, die teilweise 15 Meter groß sind, teilweise 20 Meter groß und sonst welche Größen dazwischen. Okay. All diese Skelette sollen damals bemerkenswerte Funde gewesen sein, die dann aber von den unterschiedlichsten Museen... Vielleicht sind diese Menschen auch nur extrem klein. Ja, das waren einfach kleine Zwerge, die haben normale Knochen entdeckt. ...besonders aber vom Smithsonian Museum zerstört worden. Als man also, beziehungsweise als die Archäologen diese Skelette hervorbrachten, sahen sich verschiedenste Behörden die ganzen menschlichen Skelette an und fingen dann scheinbar ohne einer sichtlichen Grund an, diese Skelette einfach zu zerstören. Und zwar, weil sie eben diesen Teil menschlicher Geschichte verstecken wollen. Angeblich soll es also in der Vergangenheit tatsächlich übermenschlich große Menschen gegeben haben, die auch damals andere Menschen gefressen haben. Und dieses Thema möchte ich heute einmal genauer ansehen. Denn vergleicht man einmal die beiden verschiedensten Sachen, dann fällt folgendes auf. Bei Attack on Titan sehen wir ebenfalls übermenschlich große Wesen. Dinge, die aussehen wie Menschen, sich teilweise verhalten wie Menschen und auch eine ähnliche Struktur haben, beziehungsweise ein Skelett, welches den Menschen gleicht. Nun sollen also überall auf der Welt, an den unterschiedlichsten Orten... Aber es gibt ja einen Unterschied, und zwar wenn Titanen sterben, das ist jetzt kein wirklicher Spoiler, weil es passiert schon in den ersten Folgen, dann verdampfen die und es bleibt nichts mehr von ihnen übrig, also von diesen Mind the Titans, es bleibt nichts mehr von ihnen übrig. Also da sind keine Skelette oder so, wobei ich glaube am Anfang sieht man noch Skelette, aber diese Skelette, also diese Knochen verdammten ebenfalls, bis gar nichts mehr von den Titans übrig bleibt. Das heißt, es sind nicht die Titanen aus Attack on Titan. Skelette gefunden worden seien, die exakt so sind wie unsere menschliche. Sie haben Schädel, Brustkopf, alle Knochen sind identisch, nur mit dem Unterschied, dass sie übermäßig groß sind. Tatsächlich, in alten Geschichten, beziehungsweise auch in alten Texten, die unterschiedlichsten Zeugnisse von solchen Riesen. Auch in der Bibel wird zum Beispiel von... Es gibt Zeugnisse von diesen Riesen, da steht das so drauf. Ja, diese Riese hat in Deutsch nicht gut aufgepasst, hat den Unterricht gestört. ...gigantischen Menschen gesprochen, die einst gelebt haben. Und es wird davon gesprochen, dass es eben Riesen gegeben hat, die verbannt wurden, beziehungsweise die weggeschickt wurden, weil sie Menschen fraßen. Die Riesen sollten also laut diesen Geschichten von früher unzivilisierten Menschen gewesen sein, die einfach nur übermäßig groß waren. Und diese Menschen waren eben Kannibalisten. Sie zählten als Menschen, so wie du und ich, nur mit dem Unterschied, dass sie aktiv versuchten, kleinere Menschen, beziehungsweise normale Menschen zu töten und dann aufzufressen. Exakt so, wie wir es auch in Attack on Titan sehen. Auch dort sehen wir eben Titanen, die außerhalb der Mauer leben und versuchen eben die kleineren Menschen, die normalen Menschen aufzufressen und sie wurden eben verstoßen, beziehungsweise sie werden weggehalten voneinander, beziehungsweise von den Menschen. Es ist also, wenn man sich das Ganze so anguckt, ziemlich seltsam. Und man stellt sich vielleicht die Frage, ob das Ganze stimmt. Okay, jetzt bin ich gespannt. Also die meisten Creepypasta-Punch-Videos enden damit und ich kann euch natürlich beruhigen, das stimmt nicht. Wir haben hier nicht einen Vorfall, wo so ein Skelett gefunden wurde. Wir haben scheinbar dutzende Bildbeweise, wo solche Skelette aufgetaucht sind. Interessant. Die Frage ist jetzt nur, stimmt das Ganze? Guckt man sich das Ganze aus einer logischen Perspektive an, würde man sagen, dass riesige Menschen nicht existiert haben. In der Forschung wissen wir relativ gut, wie die Geschichte der Menschheit so stattgefunden hat. Wir wissen ziemlich genau, was für Menschheitsformen es gab, wie wir uns entwickelt haben, wie groß wir waren und wie groß wir jetzt sind. In dieser Geschichte der Menschheit und unserer Evolution, wenn man an die Evolutionstheorie glaubt, gibt es keine Momente, wo der Mensch gigantisch gewesen ist. Wir haben nicht angefangen als Affen und sind plötzlich auf einmal zu Giganten geworden und dann wieder zu normal großen Menschen. Das wäre aber irgendwie witzig. Das wäre irgendwie witzig. Es gab damals Menschen, die einfach 5 bis 10 Meter groß waren. Mann, wieso habe ich da nicht gelebt? Sprich, wenn es eben diese übermäßig großen Menschenarten gegeben hat, dann müssten das eine andere Spezies gewesen sein, die wir aber nicht mehr irgendwie finden können. Aliens. Es gibt zum Beispiel auch das Video, wo Mikasa einfach wie oft Eren sagt. Jetzt gibt es so ein Meme, den fand ich übertrieben funny, obwohl er gar nicht mal so funny ist. Und zwar zu dem Video. Alle 114 Male, wo Mikasa Eren sagt. Er, Eren, 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 Eren. Eren, 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 Eren. Beziehungsweise irgendwelche offizielle Behörden, die diese Skelette zerstört haben, dann würden sie dies wahrscheinlich getan haben, um diese Geschichte zu verschleiern. Wahrscheinlich, weil damit irgendwelche Geheimnisse bekannt gegeben werden. Komm zum Punkt. ...gegeben hat, unsere Art nochmal existierte, nur in einer übermenschlich großen kannibalistischen Ausführung. Die Sache ist aber, gab es nun tatsächlich diese Täter? Genau, jetzt die Frage, die Antwort, die Menschen sagt jetzt einfach, und die Antwort lautet, ja, ich habe aus erster Hand Beweise. Und er ist nur der Erste, der darüber berichtet. ... riesigen Menschen, oder ist das Ganze nichts weiter als ein Fake? Von den ganzen Bildern, die es online gibt, wurden ganz, ganz viele bereits widerlegt. Es gibt offizielle Bilder, die eben zeigen, dass diese angeblichen riesigen Skelle... Schade, es ist nur ein Fake. Hm, habe ich jetzt nicht mitgerechnet. ...Lettfunde nicht stimmen. Es gibt Bilder, die eben die Originale zeigen und dann eben die gefälschten Bilder. Sprich, wir wissen, dass viele... Aber ich finde, das sieht schon ziemlich real aus, ne? Also klar ist das Bild Fake, aber es sieht real aus. ...der Fotos, die im Internet zirkulieren, nichts weiter sind als einfache, mit Photoshop bearbeitete Bilder, um irgendeine Fake-Geschichte hervorzubringen. Es gibt andere Bilder... Okay, Leute, ich muss mich enttäuschen, es gab leider keine Titans früher. Ich weiß, ihr seid enttäuscht und ich weiß, ihr habt jetzt einen Heulkrampf, aber so ist es nun mal. Die Realität ist langweilig. Fuck! ...wo das Original mittlerweile noch nicht gefunden wurde, doch wo man auch davon ausgeht, dass eben diese Skelette... ...aber dennoch interessantes Video. Ich fand das Neues. Mir gefallen, Freunde. ... ... ... ... ... ... ...